So, mein Moin zusammen. Heute Morgen war es endlich soweit. Wir haben vor zwei Tagen die Fahrgassen nochmal gefräst, damit die Erde schön krümelig ist und haben heute Morgen eingesät. Der Boden war noch gut feucht. Wir werden jetzt trotzdem nachher nochmal kurz eine Runde bewässern und dann schauen wir mal, wie sich die Nützlingsmischung entwickeln wird. Unser Ziel ist ja, die ganze Geschichte hier ohne irgendwelche Spritzmittel zu machen. Deshalb haben wir uns gesagt, wir schauen mal, was für Nützlingsmischungen auf der Fahrgasse haben. Ja, und ich denke, wir werden da die nächsten Wochen, Monate immer mal wieder ein Video machen, um euch zu zeigen, wie sich diese Sache hier entwickelt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben. Ansonsten, wir sehen uns in den nächsten Videos. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.